oida was geht ab leute team bubblt hier endlich mal wieder mit einem video nach der dm ich hoffe euch haben die vlogs gefallen falls ihr die noch nicht gesehen habt checkt ihr ab sind auf jeden fall sehr sehenswert ansonsten haben wir heute noch eine kleine ankündigung oder eher groß ankündigung zu ernähren wir uns bald den 1000 abos was für uns halt ein sehr harter kampf war sehr mühselig gesammelt aber wir haben es geschafft und da sind auf dem weg ist zu schaffen und wir haben uns viele sachen überlegt für das 1000 abo special und weil wir halt team bubble tea sind und wir klasse als jeder andere channel ist wird unser abo special und unser gewinnspiel und also was natürlich auch viel klasse sein als die anderen deswegen haben wir uns so eine art road 1000 abos überlegt werden wir halt auf dem weg zu diesen 1000 abos zwischenstops machen und dort halt sachen verschenken werden oder neuigkeiten einführen werden das erste ist zum beispiel unser neues layout das mit diesem video in kraft tritt ich hoffe es gefällt euch ansonsten der nächste stopp wird zum beispiel bei 925 abos was genau dort dann passiert wissen wir noch nicht müssen wir noch schauen aber es gibt auf jeden fall viele coole sachen wie gesagt zum beispiel das neue layout neues intro kommt auch bald dann paar preise von unserem sponsor kartensalon checkt ihr mal ab zwar hat er zum beispiel hier wir auf dem bild sehen könnt ein paar matten bereitgestellt oder ein starter deck also der angst collide hatte und auch das lights one structure deck auf jeden fall coole sachen und dann diese tokens von so einer freundin von uns könnt ihr auch gewinnen also echt viele coole verschiedene sachen werden halt dazwischen zwischen jetzt und den 1000 abos immer wieder mal verlost also bleibt dran sagt allen euren freunden und so bescheid dass die team bubble tier abonnieren sollen aber wir einfach zu kassen ansonsten danke an alle abonnenten bisher dann kann alle die immer zuschauen liken subscribe und kommentieren halt ich hoffe wir erreichen die tausend bald und wir haben auf jeden fall noch viele coole projekte in planung wir haben ja also ich habe ja auf der dm neuen sponsor klar gemacht musste mich mit dem unterhalten treffen und so und das hat alles geklappt der ist jetzt wahrscheinlich an bord und mit dem werden wir auch bald ein turnier veranstalten wahrscheinlich dn wieder mit top preisen displays und sowas darauf könnt ihr euch wieder freuen mit yugioh card market werden wir auch wieder was machen da wird zum beispiel ein gutschein code zu gewinnen geben kartensalon klar der ist immer am start viele gastvideos kollaboration könnt uns dann auch auf anderen channel hoffentlich sehen bisschen unsere namen verbreiten und team bubble tier einfach die marke dann zwei segmente die ich wieder einführen will oder neu einführen will zur mehr deck profiles aus den locals wird auf jeden fall kommen das mögen ja eigentlich alle immer und dann ein großes klasse projekt an dem wir arbeiten das nennt sich bisher noch battle of the best aber der name ist noch in bearbeitung das sind halt so show matches zwischen klassen spielern und youtuber die treten halt dann gegeneinander an gewinner bleibt und mit der nächsten woche oder beim nächsten mal einfach von dem anderen heraus gefordert da spielen halt dann hoffentlich klasse spieler mit also mit klasse spieler meine ich jetzt gute spieler turnierspieler sowas die halt toppen und weiß jetzt sondern sowas gewinnen von diesen ganzen pro teams da und dann halt auch gute bekannte youtuber yugi tuber die spielen halt dann gegeneinander und liefern eine art show match up ich hoffe das wird euch gefallen könnt ihr auch gerne in die kommentare schreiben wenn ihr da alles gerne sehen würdet und falls ihr irgendwie mit den leuten dann auch in kontakt treten könntet wäre das auch eine große hilfe ansonsten war es das eigentlich schon wie immer liken subscribe kommentieren checkt unsere anderen videos checkt unseren sponsoren ab und danke an alle abonnenten abonnenten ciao